Der DAX setzt seine Erholung weiter fort und marschiert direkt durch bis zu 18.200. Und damit herzlich willkommen zu meiner DailyDAX-Morgenanalyse, wie immer, bevor ich mit meiner Analyse starte. Ganz kurz der Hinweis zu meinem YouTube-Kanal, denn dort bin ich bis zu dreimal die Woche live und trade den DAX und den Dow Jones in meinen systematischen Handelsstrategien. Und heute ist es wieder soweit. Um 9.30 Uhr startet der nächste Live-Trading-Stream mit meinem Live-Trading-Projekt mit 1.000 Euro zum beruflichen Börsenhandel. Und dann ein weiterer Hinweis. Gestern gab es den großen Info-Stream zusammen mit der Firma YouFunded, wo es um das Fremdkapital-Trading geht. Und das ist durchaus eine interessante Möglichkeit, um den Weg zum beruflichen Börsenhandel abzukürzen. Alle Infos dazu im gestrigen Live-Trading-Stream habe ich hier prominent auf meinen YouTube-Kanal online gestellt. Könnt ihr euch dort nochmal anschauen und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt mich direkt auf Discord an. Dann geht es auch weiter zum Wirtschaftskalender und heute wirklich ultra viel los und zwar, ja, gar nichts. Also für heute steht gar nichts an und somit sind vom Wirtschaftskalender her keine großen Impulse zu erwarten. Von daher wird es halt durchaus interessant, was der heutige Handelstag so bringt. Denn ohne Impulse wird es dann eventuell auch ein bisschen schwerer, sich noch großartig, sag ich jetzt mal, weiter nach oben zu bewegen. Aber eine gute Vorlage gab es ja in dieser Woche mit den Verbraucherpreisen, mit den Erzeugerpreisen und gestern dann auch mit den Einzelhandelsumsätzen aus den USA, die nochmal deutlich besser rausgekommen sind und da gab es dann eine kleine Erleichterung an den Märkten und die US-Indizes und auch natürlich der DAX. Die zogen es dann deutlich nach oben und ihr seht es jetzt hier, dass der DAX die 18.000er-Marke dann im Anschluss an die News direkt rausgenommen hat und dann auch, ja, richtig rausgesqueesed ist und zwar direkt Richtung der Marke von 18.200 Punkte. Wir schauen aber erst einmal auf die Analyse von gestern und auch gestern hatte ich gesagt, es bestehen zwar gute Chancen ausgehend von der 18.000er-Marke, dass der DAX in die Short-Richtung eindreht, aber ganz, ganz großes Aber mit fünf Ausrufezeichen, der DAX ist noch long. Und von daher gilt es, auf der Short-Seite vorsichtig zu sein. Ihr kennt meine Vorgehensweise, ich warte erst einmal ab, dass wir valide Strukturbrüche sehen, die dann auch klar anzeigen, dass das, was zuvor in Aufwärtsrichtung gebaut wurde von dem Marktteilnehmer, wenn man so möchte, also was strukturell sich darstellt, dass sich das dann umdreht. Wenn das nicht gegeben ist, gibt es aus meiner Sicht auch nicht großartig Short zu handeln. Es gibt hin und wieder mal Experten, die anscheinend mein Video nicht schauen, aber gut, sei mal dahingestellt, muss ja jeder selber wissen, wie man sich lächerlich macht. Also, der Grundtenor ist, der DAX ist long und auch heute ist der DAX noch weiterhin long. Warum? Weil die Aufwärtsstruktur noch intakt ist. Short-Chancen bestehen. Warum? Weil je weiter der Markt sich erholt, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal eine Korrektur bekommen, wenn ich das Bild mal so ein bisschen klein zoome, dass wir mal eine Korrektur bekommen, die lediglich mal ein ganzes Stück dieser jüngsten Erholung auch mal auskorrigiert. Das muss jetzt nicht dazu führen, dass der DAX nach unten rausgeht, aber die Wahrscheinlichkeit steigt mit jedem weiteren Handelstag, wie sich der DAX nach oben schiebt, dass wir mal eine größere Korrektur bekommen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der DAX beispielsweise den Widerstandsbereich ab der 18.500 bis 18.600 ohne Gegenreaktion rausnimmt. Und somit können wir spätestens da davon ausgehen, dass zumindest mal irgendwie eine Korrektur erfolgt, die mal ein Vortagestief oder mehrere Vortagestiefs rausnimmt und dann muss man sich neu orientieren, dreht sich der DAX dann wieder ein und drückt er dann weiter nach oben. Ja, und das ist dann halt so extrem wichtig und das kann man lernen, diese Geschichte, dass man da nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird, denn ich weiß, sehr, sehr viele werden auf dem falschen Fuß erwischt, weil sie halt einfach blind reinschorten an gewissen Marken und sich sagen, hey, die 18.000 ist ja so ein super Widerstand, hier gehe ich mal short. Ja, geht dann mal ganz kurz gut, aber wenn man dann nicht seinen Short ins Trockene bringt, weil man weiß, hey, ich bin antizyklisch unterwegs, entgegen einer intakten Aufwärtsstruktur, dann sollte ich meinen Short vielleicht mal ein bisschen enger absichern, dann ist man hier oben noch im Minus. Und was wirklich dämlich ist, ist, wenn man hier unten short ist und hier oben immer noch short ist, mit der Position hier unten und die Position hier unten nicht wirklich abgesichert hat. So, und dazu mache ich das Ganze hier, damit ihr solche dummen Fehler nicht mehr macht. So, weiter geht's dann auf die Analyse von heute und ich hatte es ja schon gesagt, dass der DAX long ist. Das bedeutet dann entsprechend auch für heute, dass die long Richtung favorisierte Richtung ist. Nur nach so einer starken Bewegung ist es dann erst einmal schwierig, da noch long reinzukommen, also da noch sinnvoll long reinzukommen. Die beste Chance ergibt sich da aus meiner Sicht in eine interakte Aufwärtsstruktur, also beispielsweise, wenn mit Kasse Handelsstart der DAX nach oben kommt, also wenn die ersten 5 Minuten positiv sind und wenn der DAX dann auskorrigiert. Dann besteht durchaus die Chance, aus einem Rücklauf heraus, also aus einem Mini-Rücklauf heraus, die long Seite dann durchaus nochmal zu handeln und dann im Day Trading bzw. Skyping Bereich mal einen prozyklischen long zu probieren. Wir haben jetzt hier aber ab der 18.300 so ein kleines Cluster. Hier kommt eine abwärts verlaufende Trendlinie an, die so ein bisschen da im Weg steht. Ihr wisst ja, ich bin kein allzu großer Freund von Trendlinien, aber hier an dieser Stelle habe ich sie halt mal eingezeichnet und somit ist das nächste Ziel nach oben dann die Marke von 18.300 Punkte und natürlich kann man im kurzfristigen Timeframe Short handeln und wenn man Glück hat, erwischt man dann auch einen großen Short. Also es spricht nichts dagegen, hier oben Short zu handeln, sofern der DAX dann in den untergeordneten Timeframes auf M1, auf M5 eine Trendwende-Situation eingeleitet hat, also dass klar erkennbar ist, dass die aufwärtsgerichteten untergeordneten Trendstrukturen erstmal gebrochen ist und dann kann man ja durchaus einen antizyklischen Short Richtung 18.200 probieren. Kommt der DAX heute nicht wesentlich über die 18.200, also toppt er jetzt hier aus, dann besteht eine bessere Chance, dass er direkt mal bis zu 18.100 und dann weiter Richtung 18.000 nochmal geht, dass wir hier eventuell doch nochmal einen größeren Short bekommen. Und genauso ist es dann auch umgedreht, wenn der DAX erst einmal nach oben rausgeht und dann anfängt abzukippen und dann eine entsprechende Kontinuität auf der Unterseite bringt. Das seht ihr dann sehr schön, ja meinetwegen die erste halbe Stunde ist noch positiv und dann tröpfelt er die ganze Zeit so ab, bis er dann auf ein neues Tagestief handelt und dann gewinnt er dann an Dynamik auf der Unterseite und dann sehen wir eine größere Korrektur. Aber die Grundstruktur von steigenden Tagestiefs ist bis zu 17.900 noch intakt. Das bedeutet, der DAX kann ohne Probleme nochmal Richtung 18.000 und sogar moderat tiefer auskorrigieren und dann wäre die Grundstruktur, also die Abfolge von höheren Tagestiefs nach wie vor noch intakt. Und das ist dann entsprechend auch wichtig, dass ihr das mit beachtet, dass solange wir diese Abfolge haben, es sich durchaus lohnt auf die Long-Seite zu schauen, auch wenn man heute mal einen Korrektur-Tag hat und der DAX heute rückläufig ist. Das bedeutet dann für Montag, eine Long-Chance könnte sich hier ergeben. Interessant wird es dann erst, wenn der DAX die 17.900 rausnimmt. Und was passiert danach? Drückt er direkt wieder hoch, also nimmt er hier einmal nur kurz das Tief raus, drückt er dann wieder hoch, dann ist das grundsätzlich bullish. Geht der DAX auf ein neues Tief, also unter die 17.900 und hält er sich hier drunter und baut dann im weiteren Verlauf eine Abwärtsstruktur, also dass sich dann im untergeordneten Timeframe eine Abfolge von höheren Hochs weiter etabliert, dann wäre ich eher auf der Short-Seite unterwegs, sondern es wäre dann für mich beispielsweise für den Folgetag, also wenn wir sowas heute zum Beispiel sehen, dann wäre das für mich für Montag zum Beispiel schon mal ein Short-Signal. Aber die übergeordneten Szenarien und den Blick auf den Tages-, Wochen-, Monats-Chart und auch auf die US-Indizes, das mache ich für euch am Wochenende, kommt dann am Sonntag raus, das Video, mein großer DAX-Wochenausblick, und da gehe ich die ganze übergeordnete Chart-technische Situation auch nochmal durch und bespreche dann auch die Szenarien. Ich kann auch so viel sagen, der DAX hat das Long-Signal von der letzten Woche verarbeitet und das war jetzt schon mit dem großen DAX-Wochenausblick, also am Wochenende zu erkennen, dass hier Chancen bzw. weitere Chancen auf der Long-Seite bestehen. Ja, das sind dann soweit die Szenarien für heute. Mein Analyse-Template könnt ihr euch kostenlos in meiner Trading-Community herunterladen, Link unten in der Beschreibung, und dann habt ihr dann die entsprechenden Marken für euch auch mit auf den Blick, denn jede horizontale Marke hat hier eine Bedeutung und kann als Unterstützung und Widerstand angenommen werden. Dann gehen wir nochmal auf mein Trading ein, im systematischen Handel, also es ist das Konto für das System-Trading, also meine systematische Swing-Trading-Strategie und auch diese Strategie könnt ihr in der Strategieausbildung lernen mit dem absolut fairesten Vergütungsmodell der gesamten Branche, denn ihr bezahlt die Ausbildung durch die Trading-Gewinne, die ihr durch meine Strategie erzielt. Das ist das Fairness-Angebot, schaut da sehr gerne rein, auch dieser Link befindet sich unten in der Videobeschreibung und in dieser System-Trading-Strategie gingen die Long-Positionen, die ja noch offen waren, gingen dann raus, dabei wurde ein Gewinn generiert, das Konto ist dementsprechend weiter gewachsen und für heute steht dann auch ein neuer Long an und Long-Positionen eröffne ich im Market mit Kassahandelsstart, das bedeutet, egal wo der DAX heute steht, ich werde den Long klicken und dann diesen Long weiter verwalten. Entweder er läuft in den Gewinn, dann wird ab einem gewissen Punkt 1 SL gesetzt und dann nachgezogen oder er läuft direkt in den Verlust und dann wird die ganze Geschichte so wie hier, ja, über weitere Long-Positionen weiter verwaltet. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr seht, wie das aussieht, ja, also Long-Aufbau über eine gewisse Spanne und dann werden die Positionen gemeinsam verwaltet, natürlich nicht kopflos, sondern dann halt schon mit einer ganz konkreten und vor allem auch getesteten und nachweislich profitablen Vorgehensweise. Gut, das war es dann auch soweit an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, nachher beim Livestream einschalten, da werde ich den einen oder anderen Sculptrade für euch machen und dann auch nochmal ganz, ganz viel erklären. Zum Thema Marktstrukturen, das ist mein Steckenpferd und wenn ihr das verstanden habt, dann seid ihr schon mal ganz weit vorne mit dabei. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag, würde mich natürlich freuen, wenn ihr nachher einschaltet. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.